Ich bin reingekommen, aber da hatte ich ja keinen, sicher. Alexandra Oese auf der Bank 4 von Fiskop-Freudstadt, die liegt hier nicht mit Gas. Jetzt sind wir auf Platz 2 derzeit von Fiskop-Freudstadt und Fiskop-Karobach. Derzeit Kette ist Mandela von der IGN-NKL. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Wir wollen den beiden Leuten noch mal töten auf, aber es ist eigentlich für alle können dran.